Hallo und willkommen zu God of War. Viel Spaß und let's play. Der Drache ist erlegt, Sohn und Sindri sind wohl auf und wir ziehen weiter in den Berg. Kommt mir so vor, als hätten wir erst gestern Hirsche gejagt. Jetzt haben wir gegen Dunkeleiben gekämpft, Trolle, Ogre und einen Drachen. Jetzt könnten wir es mit allem aufnehmen. Wir siegen, weil wir entschlossen sind. Diszipliniert. Nicht, weil wir uns anderen überlegen. Klar, ich weiß. Es ist nur, stark zu sein, fühlt sich gut an. Weißt du? Ja, ich weiß. Er weiß, wovon er redet. Schließlich ist der Kratos. Unser liebster Gott. Tyrars Rache, leichter Runenangriff. Ein mächtiger Drehangriff gegen ein einzelnes Ziel. Ein Nachfolgeangriff schlägt den Gegner zu Boden. Vielversprechend. Dann klatschen wir den Gegner regelrecht in den Boden rein. Aber macht der Kratos so oder so auch so. Das waren sehr viele Sohs. Jungschen. Du fühlst dich wieder ein bisschen leichter. Du solltest mal ein bisschen mehr Drachen essen. Ich habe dir doch ein richtiges Ding erlegt. Aber der Junge will ja nicht hören. Uh, was ist das? Es gibt jetzt eine Augen-OP. Erfolgreich. Das war eine schlechte Nummer von euch. Lasst euch was Besseres einfallen. Ihr enttäuscht mich. Wieso war er denn da? Wir können das Ding mit Sicherheit nicht drehen. Mal probieren. Messerscharf erkannt. Aber wo? Da kann er nicht hinschießen. Wo ist das? Ah. Sehr gut. Oh, das gefällt mir. Aber seltsam. Er ist nicht komplett explodiert. Das soll uns nicht weiter interessieren. Ich habe auf den Kristall geschossen. Aber er leuchtet schon wieder. Hm. Mal sehen, was passiert. Junge. Da drauf schießen. Boah. Zwei-Augen-Entfernung. Ne. Das hat nichts gebracht. Ich will dich nicht anfassen, du hässliches Ding. Hast du gehört? Macht euch weg. Macht euch vom Acker. Müssen wir das Ding noch höher drehen? Nö. Wir probieren es erstmal hier lang. Komm, Jongchen. Wir haben einen weiten Weg vor uns. Wo führt dieser Weg hin? Ich habe Angst. Es ist dunkel. Machen wir mal ein bisschen Licht hier. Puh. Der Horror hat ein Ende. Boah. Was ist los? Du liebst mich? Nein. Wird nicht akzeptiert. Komm runter, du feurige Sau. Was willst du denn? Uh. Das macht Spaß. Ich habe lange schon meine Fäust nicht benutzt. Bleib liegen. Ey, Glibbauge. Wie geht's? Hm. Das war's für ihn. Sein Augenlicht wurde entfernt. Was gibt's hier? Nix. Kein Geheimnis. Kratos möchte eine Denkaufgabe haben hier. Um seinen Sohn zu beeindrucken. Aber ich glaube, der ist sowieso beeindruckt von uns. Wo ist das Ziel? Das können wir da nicht zerstören. Oh, danke. Ihr kniet nieder. Ja. Noch welche Fragen? Ich glaube nicht. Ja. Dann tun wir's. Sonst fallen wir in Gnade. Schlag mich nicht noch einmal, sonst setzt das was. Junge, schieß. Sehr gut. Vater, stolz auf dich. Nur Geduld, Junge. Das Kristall schmeißen wir direkt dahin. Dahin schießen. Wow. Ich hab grad richtig einen Lauf. Nee, das war der falsche Knopf. So. Und Schuss. Es ist so toll, damit Dinge zu zerschmettern. Ja, ich weiß. Macht richtig Spaß. Sehen wir da irgendwo... ...irgendetwas? Nee. Ich hab Hallos. Nee. Da kommt tatsächlich Gegner. Daneben, Blitfish. Oh, hast jetzt ein Ersatzauge. Der wird dir auch nicht weiterhelfen. Da kommt der ja. Bisschen Prügel. Gerne doch. Hier. Uh. Zu langsam, Opa. Eis, Opa, bitte, ja. Entschuldigung. Du bist disqualifiziert. Ich musste dich... Findest du geradeaus? Ich fand das gerade ein bisschen easy. Aber wir lassen das mal so stehen. Hm. Ich hol mal ein bisschen Kristall. So. Na, wo bist du ein bisschen Kristall? Hier. Es darf nicht so schnell verpuffen. Das Ding verschwindet ja in einer Zeit. Lies, mein Sohn. Junge. Ja, Vater. Ja? Hm. Interessant. Sollte ich mir aufschreiben? Auf die Hand. Find ich gut. Darfst nur nicht schwitzen. Sonst verschmiert alles. Wissen hinzugefügt. Der grausame Große Krieg. Der grausame Große Krieg. Hier fiel Nertus von den Warnen, erschlang von Magni und Modi, den Söhnen Thors. Die Jötter sind Zeugen der Grausamkeit dieses Großen Krieges. Weder Asen noch Warnen können triumphieren. So ist es vorhergesagt. Doch was bleibt von Midgard noch übrig, bevor sie die Waffen niederlegen? Die Riesen wünschten sich Frieden. Kein Wunder, dass die Tür so mochten. Hm. Eine traurige, aber wahre Geschichte. Wir ziehen mal die Brücke hoch, oder? Damit wir hier keine umgebetenen Gäste haben. Nee, wir müssen so so auch nach oben. Das war wohl nix. So, die Zahnräder hier festfrieren. Schieß nicht auf deinen Vater, auch wenn ich den Knopf gedrückt habe. Gibt's hier noch was? Bestimmt einen Geheimgang oder so? Oder, das war ein Zusatzgang, wo wir was finden. Bestimmt. Wo ist denn das? Achso. Bisschen Erfahrungspunkte halten. Wo kommst du denn her? Hast dich so lange versteckt, damit du einen Überraschungsangriff machen kannst? Das bringt dir gar nix. Oh. Wir möchten ein bisschen Eiswürfel haben. Jede Menge davon. Keiner kommt zu kurz. Da. Ja, ein Siegel habe ich schon mal gefunden. Junge, such die anderen zwei Siegel. Daddy muss irgendwie wieder hier runter. Ähm. Kann ich einfach... Oh, ich kann einfach runterspringen. Das ist gut. Aus dem Weg. Entschuldigung, ich wollte dich nicht schubsen. Gibt's hier noch ein Siegel? Irgendwie... Ah. Das zweite Siegel da drüben. Ja, damit habe ich immer so meine Probleme. Da, da ist ein dritte... Ne, eins fehlt noch. Das ist nicht das dritte Siegel. Irgendwo hier. Oh, ich habe hier noch was gefunden. Geprägtes Wappen der Bedrohung. Nicht schlecht. Als ob die Leute nicht schon Angst genug vor mir haben. Noch mehr zusätzliche Angst. Kann nicht schaden. Ah, noch ein bisschen Kristall nehmen. Mein Ab und zu machen wir hier ein schlaues Bürgchen. Weiß ich, ob es klappt. Aber ich glaube, das wird nicht klappen. Oder doch. Uh. Eine Tafel. Lies mal, Jungschen. Hier ist noch eins. Der hier heißt Ymir. Mutter wollte mir von ihm erzählen. Aber ich war wohl zu jung. Kommen da Riesen aus seinen Achseln? Hm. Der hier da ersticht, könnte Odin sein. Mehr als nur Mythen. Hm. Die einen haben Achselhaare. Die anderen haben Riesen unter ihren Armen. Nicht schlecht. Muss man das mal haben. Muss man das mal bringen. Das dritte Siegel. Wo versteckst du dich? Ich möchte doch endlich auch so ein Ding öffnen. Siegel, wo bist du? Ich sehe es nicht. Irgendwo versteckt. Adres, hilf mal hier. So ein Pech aber auch. Zwei finde ich. Aber das dritte Siegel nicht. Vielleicht hier hinten weiter. Ich glaube nicht. Dieser Abschnitt ist vorbei. Guck, guck. Bist du irgendwo hier, Siegel? Irgendwo muss doch dieser Siegel sein. Wir geben nicht auf. Ich glaube... Ich vermute... Ich möchte dir den Highlight zeigen. Irgendwo muss das doch hier sein. Alles andere kann doch nicht sein. Dritter Siegel. Huh, da. Ich werde wahnsinnig. Oh, ich mache einen Freudentanz. Mit voller Genuss öffne ich die Truhe. Schau her. Idun-Apfel. Mmh, lecker. Legendär. Sie haben eins der drei Idun-Apfel gesammelt, die zur Erhöhung ihrer maximalen Gesundheit benötigen. Das freut mich sehr. Idun-Apfel sind wahlweise der Götter. Man findet insgesamt neun Äpfel in magischen, verschlossenen Truhen in der Welt. Für jeweils drei Gesammelten wird die maximale Gesundheit erhöht. Da fehlen uns noch zwei Äpfel. Das freut uns doch. Na, dann öffnen wir noch weitere Truhen. So, jetzt gehen wir aber hoch. Du darfst den Apfel nicht essen. Nein, Junge. Ich verspreche dir, es wird alles gut. Wenn ich das Ende noch nicht mehr kenne. Oh. Da, der Gipfel. Wir sind ganz nah dran. Na. Dein Köcher. Der Gurt ist beim Kampf mit dem Drachen gerissen. Schon gut. Ich halte ihn einfach fest. Halt. Halt. Ein kaputter Köcher kostet dich Zeit. Schmerz überleben wir. Kaputte Waffen jedoch nicht. So geht's erstmal. Gut? Gut. Hm. Geh. Langsam, Junge. Pass auf, wo du hintrittst. Oh, zum Gipfel. Oh. Ihr schon wieder. Winterschlag vorbei. Da habt ihr aber einen schlechten Instinkt. Der Winter ist noch lange nicht vorüber. Danke, Junge. Oh. Schön die Fresse poliert. Deine Herzen. Ja, das passt sehr gut. Lass mich auch mal. Hat er gerade einen Apfel geworfen? Oder habe ich noch eine Situation? Ich konnte dir nicht richtig den Rest geben. Ach, deine Freunde. Die machen das. Hast du diese Drehung gesehen? Nicht so viel reden. Schlagen. Ich war gut, oder? Ich sehe Fortschritte. Du beeindruckst deinen Vater. Mich jedoch nicht. Oh. Freundchen. Was ist das denn da? Ah. Noch hoch die Tassen. Drei Becher haben wir schon mal gefunden. Drei fehlen noch. Oh. Totale Verwachsung. Bringt das was? Wo bist denn du? Du sollst nicht den Berg abschießen. Da muss es nach oben gehen. Du sollst hier hinschießen. Ein Versuch warst's wert. Die Mutter nannt sie das Seelstum. Lass sie sich nicht abrennen oder ab. Wer spricht da? Da quatscht doch jemand. Du hörst die Stimmen auch, oder? Ja. Sei still. Psst. Das ist der Mann, der bei uns zu Hause war. Du hattest ihn doch getötet. Psst. Ich sehe, bist du diesmal nicht allein. Muss wichtig sein, wenn die Söhne Thors mich mit ihrer Gegenwart beegeln. Sagt mal. Überschlagt die zwei euch noch immer, um Papa zu beeindrucken? Der tätowierte Mann. Den Spuren nach reicht er jetzt mit einem Kind. Wohin wollen die beiden? Woher soll ich das wissen? Du bist der klügste lebende Mensch, nicht wahr? Und sogar klüger als alle Toten. Du hilfst mir. Ich helfe dir. Sag mir, wo sie sind, und ich rede mit Odin. Dein Vater lässt mich nicht gehen, Baldur. Und er wird verhindern, dass du mich tötest. Du hast mir nichts zu bieten. Also nimm deine Fragen, deine Drohungen und deine beiden nutzlosen Schwachköpfe und verpiss dich! Wenn niemand hinsieht, holen wir uns dein anderes Auge. Vergiss nicht, wir sind überein. Sind wir wirklich, nicht wahr? Halte die Klappe! Gehen wir! Ist die Luft rein? Baldur. Baldur, einer der Asen, Odins Sohn, Thors Bruder. Er kam zu unserem Haus, kämpfte gegen Vater und wurde von ihm getötet. Dachten wir. Angeblich spürt er keinen Schmerz. Das ändern wir mal schnell. Jetzt jagt er uns mit seinem Neffen. Aber wir wissen nicht, warum. Können wir da hoch? Wir müssen sogar da hoch. Einmal rum. Nee, wieder runter. Und weiter runter. Wohin gehen wir dann jetzt? Wow, wir machen ja richtig hier einen Umweg. Anders kommen wir wahrscheinlich auch gar nicht hoch. Mann, Kratos, da ist aber unendlich Power hier. Ah, von euch haben wir gerade gesprochen. Ein tätowierter Mann unterwegs mit einem Kind. Geh und stell sicher, dass wir allein sind. Aber sie sind doch gegangen. Tu, was ich sage. Ein sprechender Baum. Ich werd nicht wieder. Er weiß nicht, was du bist. Und dabei soll es auch bleiben. Wer bist du? Ich? Ich bin der größte Botschafter der Götter, der Riesen und aller Wesen der Neuen Welten. Ich kenne jeden einzelnen Winkel, jegliche Sprachen, geführte Kriege und jeden Handel. Man nennt mich Minir, den klügsten lebenden Mann. Und ich habe Antworten auf all eure Fragen. Warum jagt uns der Sohn Odins? Na gut, ich habe ein paar Wissenslücken. Aber Odin hält mich hier gefangen seit 109 Wintern. Ich bin sehr schlau. Ich finde die Lösung. Versprochen, ich brauche nur etwas Zeit. Es ist niemand da. Habe ich doch gesagt. Die Mutter des Jungen ist tot. Sie wollte das... Ihre Asche verstreuen. Auf dem höchsten Gipfel aller Welten. Oh, dann seid ihr hier am falschen Ort, kleiner Bruder. Der höchste Gipfel aller Welten ist nicht hier in Midgard. Wir sind Jüttenheim. Der Welt der Riesen. Nein! Hat sie das wirklich gemeint? Sieh doch. Das ist die letzte bekannte Brücke nach Jüttenheim in allen Welten. Siehst du den Berg? Der aussieht wie die Finger eines Riesen. Das ist der Gipfel, den ihr sucht. Nicht hier. Was ist mit dieser Brücke? Wir haben einen Bifröst. Als die Riesen die Brücken zu ihrer Welt zerstörten, haben sie diese hier mit einer Rune versperrt. Wenn es sie noch gibt, kennt die nur ein Riese. Und alle haben Midgard vor langer Zeit verlassen. Richtig. Doch heute haben die Schicksalswinde einen Wirbel des Zufalls erzeugt. Wisst ihr, es lebt nur eine Person, die euch an euer Ziel bringen kann. Und ihr habt Glück. Ich habe sonst nichts vor. Wir gehen nach Jüttenheim, ja? Strategisch gesehen eure beste und einzige Möglichkeit. Es ist der eine Ort, an den euch der Unbesiegbare nicht folgt. Was ist zu tun? Ja! Schneidet mir meinen Kopf ab. Äh, was? Odin sorgte dafür, dass keine Waffe, nicht mal Thors Hammer meinen Körper befreien kann. Glücklicherweise braucht ihr meinen Körper nicht. Der Trick ist, jemanden zu finden, der mich wiederbeleben kann. Mit der alten Magie. Alte Magie? Meine Ex im Wald. Sie kennt diese Bräuche. Wird sie helfen? Vielleicht. Los geht's. Aber wenn sie scheitert, bist du tot. Er quält mich, weißt du. Tag für Tag. Odin selbst legt dafür Hand an und glaubt mir, seine Kreativität ist grenzenlos. Jeden einzelnen Tag. Das. Das ist kein Leben. Wie du meinst. Oh, aber ohne mich. Wir köpfen einen Baum, Bruder. Falls es nicht klappen sollte, musst du etwas wissen. Der Junge. Du machst es nur schlimmer, je länger du ihm die Wahrheit verschweigst. Er wird dir grollen und du verlierst ihn für immer. Es gibt viel über mich, das er nicht wissen soll. Dir ist dein Geheimnis also wichtiger als dein Sohn. Ich hacke jetzt deinen Kopf ab. Mach gut. Kurz und schmerzlos. So schön in Tüte verpacken, damit auch nichts daneben geht oder daneben tropft. Das ist... Das ist... Sehr lästig. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Im Inneren des Berges. Mission abgeschlossen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.